Kann man sich auch im Nachhinein noch angucken. Sind die mit Ton? Ja, 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 ist auch mit Ton. Thomas ist im Internet. Wir sind gerade live im Internet. Ja. Wir warten schon den ganzen Tag so. Ach, wann wendet er denn? Heldet die Bienenschlau TV. Ne, ach so, stimmt. Dann steht er jetzt ins Winter drin. Also, wir gucken mindestens 14 Leute. Hier, wir sind live auf Sendung. Juhu! Hast du was zu sagen, oder? Ne, ich hab nichts zu sagen. Ich hab nie was zu sagen. Der Florian hat bestimmt, der hat doch irgendwas zu sagen. Ich muss mal drüber nachdenken, was man in diesem Moment ist. Also, ich muss mal drüber nachdenken, was man in einer solchen Situation angesichts eines solchen bevorstehenden Momentes reflektiv vorantreiben könnte. Kann ich das irgendwie aufrechnen? Na ja. KLEIN-TRAIN-TRAIN-TRAIN-TRAIN-TRAIN-TRAIN-TRAIN-TRAIN-TRAINWELL?